Ja Leute, Annalen, willkommen hierzu, hier ist For The Storm, damit Sven natürlich. Ich bin mal wieder Wanked, Gameplay, wo bist du oben? Mitte. Und ich bin auf der Map Drachgärten, unser Team ist Nova, Kaltas, Shorina, Lili und Sral. Das bin ich. Und die Gegner, China, Lorig, Mordi, Wainer und Karzine. Geil. Und Nova ist direkt HFK. Ich kann mich auch selber healen, das ist nice. Ich glaube, mich hast du auch dabei, du bist jetzt nicht. Ich muss sagen, unten trittbar. Ne, ich glaube nicht. Achtung, von hinten, Busch. Na, scheiße. Ich muss nur ausgewichten. Die alten Schreine erwachen. Kontrolliert sie. Und setzt den Drachenritter frei. Okay. China down. Kälter's down. Da stirbt der jetzt bitte auch. Oh, 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 oh. Aua. Der WP ist nicht fähig gewesen. Ja, wenn du getroffen hättest. Ja, ist halt nicht gelernt. Ja. Soll ich zu irgendeinem Schrein mitgehen? Oh, die haben beide. Die sollten treffen. Lass mal hier in den Busch. Busch. Alles klar. Oh mein Gott. Standbild. Oh. Nicht schon wieder, Alter. Doch, Alter. Aber jetzt lag's durchgehend. Nicht schon wieder. Junge. Ich werd's wieder tun, Alter. Ich werd's wieder tun, Alter. Alter. Ich spiel' meiner Maus uns vorbei. Ich hab' jetzt keine Autlex. Ja, megalext. Ich hab' jetzt Stammbild filmen sofort. Na, fängt ich doch in den Arsch. Du bist schon weg. So, dann sehen wir uns erst wieder. Bitte. Ja, Leute. Sagen wir mal, das klappt vielleicht diesmal. Jetzt. Kann ich zumindest mal wieder reden. Euer Gegner hat ein Fuhr zerstört. Wählt ein Talent. Festiviert die Schreine. Nehmt die Macht des Drachenritters in Anspruch. Halt. Gehen wir. Viel besser. Eine sehr gute Heilung. Ja. Die Flammen werden euch holen. Oh Mann. Ich glaub die Runde ist okay wenn ich dich verantwortlich mache oder? Ja. Du bist auch nur am sterben die ganze Zeit wo du Bord bist. Ja. 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 Wir sind 4 Level über uns und wir gewinnen zu zweit gegen 4 von denen. Alter what the fuck ist hier los? Ja. Der sagt gerade bitte lass uns schnell verlieren. What the fuck? Was ist das mit der Spieler moral los? Ja. Du von unten. Ja. 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 Und wenn da 4 Mann auf dich gehen wenn du getäubt bist gute Nacht. Und der ist auch tot. Und der ist auch tot. Aber gleich kommt der Hammer und dann der Sprung und dann ist vorbei. Ja. Ich kann sogar vorher sagen was sie tun. Oh ja. 的 ist geil. Matthias Rund. Genau. Ich glaube ich hab Runds... Ja. Alter, was geht mit dem? Lass mir oben helfen, ich glaub die kommt sonst, oh ne Drache, hm, unten. Diese Grafik hält das alleine hier weg an. Weil der 3 Level drüber ist, deswegen. Äh nein, der Kältehaus hat Leoregan gegriffen, das ist Problem. Sag ich ja, weil der andere 3 Level drüber ist, das ist die einzig logische Begründung. Geil. Die machen wirklich 4 Level, alter. Sag ich nix mehr zu. Da kannst du nicht mehr gegen einen von den beiden die Schaust, geschweige denn gegen beide. Und Ehre. Ihr seid verleckt. Dann seh wieder Drache. Oh. 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 Oh man. Chino müsste tot sein. Ja. Oh no. Oh man. Oh man. Machine. Ja. Ja, nach den habe ich gesucht, aber ich wusste nicht, dass es vier sind. Geil, oder? Ja. Drei-Level-Unterschied. Jetzt wieder vier. Die machen unser Vorblatt, ohne dass sie überhaupt was halt dabei haben. Ja. 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 Das ist lo. Alter, what the fuck? Waщt! Ich hatte gerade noch Full live, aber bin voll tot. So ... ... Jihwenda ist daun. Jetzt unsere Zitadelle Das muss man jetzt einfach mal sagen Dabei bekommen wir noch Besuch von hinten, pass auf. Also nicht nur den, sondern auch jemand. Ah, der ist schon hier. Ja, das ist schon hier. Oh, man. Oh, man. gelähmt ooooh das ist der gute Haltung für die Zorn der Himmels vor euch wird nichts euch Asche übrig bleiben eure Citadelle wird angegriffen wie ein Talent wundert sich ja dass ich gerade nicht beim ersten Rush geschafft haben und die Citadelle zu crashen das ist schon echt bitter eigentlich ja der Drache wird wieder auferstehen ahja mal wieder 4 zu 9 was tut ja was tut so oft aus ja das war wahrscheinlich meine Schuld oh mein Internet schuld WTF achso deswegen habe ich 800 Münzen ich dachte schon hä warum habe ich 800 Münzen bekommen würde ich sagen wir sehen uns das nächste Leute nächste Folge an und bis dann und tschau saufus bis dann 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 Vielen Dank.